ja hallo leute kurzes info video ja wie man schwer erkennen kann bin ich wieder in der steiermark meine verwandten am wochenende deswegen heute und es ist noch ein bisschen schnee wie man unschwer erkennen kann ja ich wollte zwar heute zwei videos hochladen ja das hat nicht so geklappt wie ich mir vorgestellt habe deswegen werden die wahrscheinlich morgen kommen dann auch ein bisschen später weil ich erst am nachmittag heimkomme ja geplant waren zwar für heute das habe ich ein video gesagt dass dann morgen keins ist in dem fall weil es ja heute auf land wollte ja folgedessen kommen dann am sonntag heute am samstag mal kein video nur das hier aber ich habe zwei football parts gestern plus den live stream hochgeladen da habe ich ein bisschen was zum schauen auch und ansonsten morgen morgen dann die zwei sachen wieder morgen wird kommen motor gp und wieder ein maßeffekt das projekt von mir kommen aber dann ein bisschen später als gewohnt manchmal schief oder jetzt nur der winkel hier ist auch hier in wien ist gar kein schnee mehr hier ist schnee und noch ein bisschen kühler als in wien und ja ich sage danke ein bisschen nebelig ist auch oder ja kann man sagen und ja ich glaube das video gleich hoch wünsche ich auch ein schönes wochenende und ja morgen am abend sehen uns in den videos wieder morgen am abend muss ich überlegen morgen oder übermorgen ja formel 1 fahren wir auch wieder später zum montag mit dem mike ja ansonsten geht es ganz gewohnt weiter ja live stream wieder eventuell football sonntag oder montag mal schauen gut das war es mal von mir danke und ja bis sonntag ciao ciao